Hi, hallo, herzlich willkommen zu unserem Interview mit unserem Teammanager Christopher Heimeroth. Heimi, danke, dass du da bist. 6.12.2012, was war da? Mein letztes Spiel im UEFA Cup. Ganz genau. EuroLeague gegen Istanbul. Es war ein erfolgreiches Spiel. 3-0 für euch, also gute Erinnerung an Istanbul. Jetzt bist du das erste Mal als Teammanager dafür verantwortlich, im Europapokal auswärts anzutreten. Was musst du alles machen? Ja, so schließt sich erstmal der Kreis. So aufgehört und jetzt mit Istanbul auch wieder gestartet. Ja, klar, ganze Vorbereitungen inklusive Vorreise. Ich war vor, ich glaube, drei Wochen in Istanbul, habe geschaut, welches Hotel wir da nehmen können. Basakse hier ist ja nicht wirklich zentral in Istanbul, sondern ein bisschen außerhalb. Und da mussten wir gucken, welches Hotel sich anbietet, wie die Abläufe sind, das Stadion angeschaut. Und jetzt natürlich Endphase, morgen geht's los. Das heißt, alle Abläufe müssen jetzt einmal durchdefiniert werden, damit dann auch morgen und bis Freitag alles klappt. Ein bisschen außerhalb. Bei so einer großen Metropole ist, glaube ich, die 15-größte Stadt der Welt mit der acht-größten Einwohnerzahl. 15 Millionen leben in Istanbul. Da muss man schon einige Strecken zurücklegen. Worauf achtet ihr bei der Wahl des Hotels? Es hat sich ja auch da ein bisschen was geändert. Also wir haben ja einen neuen Flughafen gebaut. Ich glaube, der war bis vor, bis Peking geöffnet wurde, der größte der Welt. Der liegt relativ weit oben, also oberhalb von Istanbul. Da werden wir auch landen. Und jetzt war es halt glücklicher Zufall, dass Basaxe hier relativ nah liegt. Also nicht unten in der Motopole am Bosporus, sondern etwas unterhalb vom Flughafen. Das heißt, die Wege sind gar nicht so lang für uns. Wir haben ein Hotel gewählt, was dazwischen liegt. Und ja, so haben wir eigentlich eine gute Infrastruktur vorgefunden, die wir nutzen können, um die Wege und die Fahrzeiten so kurz wie möglich zu halten. Wie musst du da recherchieren? Fragst du da Leute vor Ort, die du eventuell noch kennst oder wie macht man das? Grundsätzlich gucken wir erstmal im Internet. Also ich meine, da kann man natürlich schon mal viele sehen. Man muss sich erstmal orientieren. Wo ist der Flughafen? Wo können wir landen? Wo ist das Stadion? Welche Hotels liegen dazwischen? So, da kriegt man dann schon mal ein Gefühl dafür, was man sich vorstellen könnte, was klappen könnte. Und dann guckt man halt vor Ort, ob sich dieses Gefühl dann auch bestätigt oder ob man lieber nochmal in eine andere Richtung denkt. Wir haben uns mehrere Hotels angeschaut und uns am Ende dann, denke ich, für die beste Wahl entschieden. Was heißt wir? Mit wem bist du dann unterwegs? Mit einer Agentur, die uns betreut, Liga Travel. Und mit Guido Uhle, Direktor Sponsoring, der da auch die Sponsorenreise vorbereitet. Und mit dem Christian Klever, der die ganze UEFA-Abwicklung vornimmt für uns. Und wir drei sind dann da mal unterwegs und schauen, dass wir das Ganze gut vorbereiten. Ja, stimmt. Ihr fliegt, glaube ich, mit den Sponsoren im gleichen Flugzeug. Da muss man sich dann auch immer abstimmen? Ja, also wir machen das ja als Komplettreise. Klar, die Sponsoren sind mit uns dabei. Wir haben einen großen Flieger, den wir uns alle dorthin begeben. Und das muss natürlich abgestimmt sein. Wer muss wann wo sein? Und klar sind wir da irgendwo unsere eigene Gruppe und unsere Abläufe müssen erstmal stimmen. Aber die Sponsoren haben natürlich auch ihre Abläufe, die legen den Wert natürlich. Und ein paar andere Sachen wollen ein bisschen was sehen von der Stadt. Die sind dann auch mehr Richtung Zentrum. Ja, Topkapi, Hagia Sophia, das was man als Spieler dann nicht so sieht. Genau. Als Teammanager auch nicht. Leider auch nicht, nein. Wir werden von dem Istanbul so, wie man es kennt und wie man es sich vorstellt, werden wir nicht sehen. Unser Fokus liegt ganz klar auf anderen Sachen. Machst du denn so etwas wie so ein Infosheet für das Team? Was es in der Stadt zu sehen gäbe? So heiß machen, um dann zu sehen, was sie nicht bekommen? Ne. Also die Informationen, die sie bekommen, die beziehen sich rein darauf, wie unsere Abläufe sind. Auch das ist ja relativ eng getaktet. Und da müssen wir schon gucken, dass das auch alles funktioniert. Und klar ist, das Team ist das eine. Und die anderen Sachen sind halt das, was drum herum passiert. Also die Zeugwarte haben viel zu tun. Die müssen gucken, dass die Sachen alle mitkommen, dass die gepackt sind, dass die dann auch da sind und dass die Jungs dann ausgestattet sind. Also das sind so die Abläufe, wo ich jetzt drauf gucke und wo ich darauf schaue, dass das dann funktioniert. Also wirklich Konzentration rein auf das Spiel. So Sightseeing und so kann man dann nach der Fußballer Karriere machen. Genau. Da kann man sich jede Stadt angucken, die man möchte. Inwiefern muss man sich mit dem Gastgeber absprechen? Auch das machen wir auf unserer Vorreise. Da treffen wir uns mit den Verantwortlichen. Da haben wir uns getroffen mit den Verantwortlichen von Basaxi hier im Stadion. Da kriegt man einmal das Stadion dann gezeigt. Wo sind die ganzen Räumlichkeiten, die uns betreffen? Wie ist der Anfahrtsweg? Was müssen wir beachten? Ja, und dann geht es noch so um administrative Absprachen, die dann auch getroffen werden. Da kommen dann auch Leute vom Ticketing dazu. Da kommen dann Leute dazu, die von der Sicherheit und dann bespricht man einmal alles in großer Runde, damit man dann, wenn man dann da ist, eigentlich auch alles geklärt hat schon. Ernährung auch? Ist das ein Thema? Ernährung, klar. Also auch in Absprache mit dem Hotel dann haben wir natürlich im Vorfeld allen Hotels, die für uns in Frage kommen, unsere Anforderungen geschickt. Und heute Morgen ist der Melf Carstensen schon unterwegs und macht sich auf den Weg nach Istanbul, um das Ganze dann auch vorzubereiten, damit, wenn wir dann morgen am Mittwoch ankommen, auch alles vorbereitet ist. Melf Carsten sind unser Ernährungswissenschaftler, Ökotrophologe bei Borussia. Sportlernahrung ist nicht international, nicht überall Nudeln oder hat sich ein bisschen geändert wahrscheinlich? Ja, nee, also klar, Nudeln immer, Hauptbestandteil. Aber da gibt es ja auch ganz viele Variationen und wir finden es auch immer ganz nett, wenn die regionalen Einflüsse irgendwo auch berücksichtigt werden. Und da kann der Chefkoch auch immer Vorschläge machen, was er denn denkt, was angebracht ist und was er sich gut vorstellen könnte. Und dann machen die das zusammen, der Melf und der Chefkoch. Und dann kommt da eigentlich immer was Gutes dabei raus. Dann sage ich, hier habe ich mir aufgeschrieben. Danke. Sehr gerne. Und viel Erfolg. Auf Deutsch nur, leider. Danke, Heidi. Gerne. Danke. 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 Danke.